Ahoi Freunde, willkommen zur CFCs Beta. Um eins vorwegzunehmen, das ist jetzt eine Beta. Das bedeutet, Content kann und wird sich in der fertigen Version noch ändern. Ja, nur um das mal gesagt zu haben. So, aber das soll uns heute nicht stören. Wir wollen heute einen Schatz heben. Und dafür besorgen wir uns jetzt eine Schatzkarte. Die Schatzkarten bekommt man auf jedem Außenposten, auf jeder Außenposteninsel, wie dieser hier, wo auch die ganzen Läden sind und so weiter. Bekommt man die beim... Goldhorter. So heißt eine der Fraktionen. Und der sitzt in diesem kleinen Zeltchen hier. Ja. So, mein Freund, gib mir eine Karte. Ich hab genug Kohle, sehr gut. Das hier unten sind die Schatzkarten. Was der Rest ist, zeig ich euch dann, wenn wir den Schatz dann abgeben. Ja, den hätte ich gerne. Jetzt müssen wir folgendes machen. Jetzt gehen wir nämlich auf unser Schifflein. Das hier ist unser Schiff. Und hier kann man ein witziges Zeug machen, zum Beispiel die Ringbellen. So. Ach ja, ich hab was vergessen. Aber ist nicht schlimm. Kleiner Tipp von mir. Wenn ihr, äh, wenn ihr auf der Insel seid, ne? Plündert alle Fässer da vorne, warte das mal jetzt trotzdem. Immer schon alle Fässer plündern. Ja, die nicht, weil die leer sind. Aber die hier. Weil da ist nämlich Zeug drin. Die sind auch leer. Na toll. So. Die sind zum Beispiel Kanonenkugeln drin. Die habt ihr auch auf eurem Schiff. Aber, ähm, die braucht ihr auch auf eurem Schiff. Deswegen, lasst sie mal in Ruhe, weil ihr findet, überall auf der Insel findet ihr so ein Scheiß. Macht euch mal dein Inventar und dich voll. Weil, da braucht ihr die Reserven vom Schiff nicht anbrechen. So. Dann gehen wir jetzt zurück. Ach, nein. Hey. Na du? Ha, Headshot. Die muss man übrigens mit der Kanone abballern. Ich töte den jetzt nur, weil ich nämlich zu meinem Schiff schwimmen will und der mich sonst fressen würde. Ey, bau doch nicht ab, ey. Ich glaub, der ist fast tot. Mist. Aber den kann man auf jeden Fall gut über die Pistole töten. Na, jetzt muss ich nicht gefressen werden, wäre doof. Ja. Sehr gut. Nein, der tut mir nix mehr. Alles klar. Der Spiel hat übrigens keine Musik. Musik muss man selber machen. Nämlich, hier. Übrigens, das ist das Inventar. Macht ihr auf Q auf und ihr habt auf eben noch ein Inventar. Da kommt später die Schatzkarten rein. Aber, das habe ich gestern nicht gecheckt. Ihr könnt in dem Inventar nochmal F drücken und dann habt ihr noch mehr Zeug. Zum Beispiel dieses geile Ding hier. Oder dieses Lied. Also, der spielt die Lieder random, deswegen. Okay. Wenn ihr eine Schatzsuche starten wollt oder andere Aufgaben, drückt ihr hier F und aktiviert das hier. So, wenn man jetzt mehrere Leute ist, kann man hier bis zu vier oder drei Karten hinlegen und dann kann man dafür voten. Wenn man eine größere Mannschaft ist, kann man sagen, ja, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Aber ich bin ja alleine, deswegen kann ich jetzt für mein eigenes Abenteuer alleine voten. Yay. Drückt jetzt bloß die F. Das habe ich nämlich beim allerersten Mal gemacht, als ich das gespielt habe und habe dann, wie gesagt, die Mission abgebrochen. War ein bisschen doof, weil dann war nämlich die Kohle weg. So, jetzt habe ich die Map gekriegt. E drücken und dann ist die Map hier. Ah, das ist eine Schatzkarten-Map. Alter, mit drei Kreuzen? Geilo. Scheiße, muss ich überhaupt hin. Scheiße, das ist ein Sturm. Oh, Mist, das ist voll der Riesensturm. Seht ihr diese riesengroße, fette Wolke? Das ist ein Sturm. Bloß nicht reinfahren. Nein, nein, nein. Äh, äh. Das ist ganz böse. So, dass man mal alleine ist. Gut. Jetzt muss man zum Kartentisch gehen und gucken, wo diese Insel ist. Ich habe es mir natürlich nicht gemerkt, wie sie aussieht. Sie sieht aus wie eine Bohne mit vier komischen Dingern drumherum. Alles klar. Sollte zu finden sein. Ah, dann gucken wir mal. Hm, das ist sie nicht. Das ist sie auch nicht. Sollte relativ in der Nähe sein, weil es ist eigentlich nie Dauernisse. Seht ihr? The Crooked Maps. M-M-Mats. M-Masts. M-Masts. Ach, The Crooked Masts. Äh, die gebrochenen Maste. Mäste. Okay. Okay, wir müssen jetzt auf jeden Fall Südosten. Kriegen wir hin. Jetzt holen wir den Anker ein. 2000 Jahre später. Bis zu dem Goldenen Ring. Genau. So. Jetzt stelle ich das Steuerrad schon mal ein bisschen auf Linksfahrt, damit wir nicht gegen den scheiß Felsen da krachen, weil das wäre nämlich doof, weil da geht nicht das Schiff kaputt. Und lassen das Hauptsegel runter. So, Gas geben. Nice. So, was hatte ich gesagt? Äh, Südwesten, ne? Oder Südosten? Scheiße, jetzt habe ich es mir nicht gemerkt. Toll. Ich muss genau in den Sturm fahren? Kacke, nee, bloß nicht. Äh, nee, Südwesten, äh, Südosten, Südosten. Äh, jetzt bin ich gerade Südwesten. Ich will nach Südosten. Alles klar. Oh ja, das ist Steuer, ne? Das ist, äh, was ganz Besonderes. Das heißt, was ganz Besonderes ist. Das ist bei richtigen Steuern auch so. Ganz links ist so ein goldener Riemen. Oder Ringe. In der Mitte. Geradeaus ist so ein goldenes Ding. Und man kriegt auch ein akustisches Feedback. Das hört ihr ja. Und ganz rechts auch einer. So kann man halt steuern. Zack. Ihr könnt uns auch von alleine fahren lassen. Und screenen das gehen. So. Ja, 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 genau. Ja, ich gehe nach oben. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht gegen die Felsen, die ich da gerade gesehen habe. In meinem Übereifer. Könnte knapp werden. Sagt das Fernglas? Das Fernglas gab es irgendwie in der Alpha. Gab es das nicht? Ich weiß nicht, wieso. Entweder ich habe es nicht gefunden. Ne, das gab es einfach nicht. Ich habe es nicht gesehen. Also, sonst hätte ich es ja benutzt. So, jetzt muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Ansonsten knall ich da nämlich gegen die Felsen. Das wäre doof. Okay. Das ist aber auch ein scheiß Wetter für eine Aufnahme. Ne, da will ich nicht. Und ich will jetzt zum gebrochenen Mast. Danke. Tschüss. Immer schön umgucken. Ich will es nicht wundern. Das Spiel läuft nicht ganz in 60 FPS. Also, es kann ein bisschen ruckeln. Oh, das ist ein Schifffack. Wollen wir da hin? Ja, der Weg ist das Ziel. Komm, wir gehen zum Schifffack. Dann zeige ich euch das auch mal. Yeah. Ah ja, apropos. Ich bin ja jetzt relativ langsam unterwegs, weil Wind von links kommt. Und da kann man nämlich dann hier an der Seite bringen und das Segel in den Wind drehen. Oh, ich bin geschossen. Da sind jetzt keine anderen Spieler. Das sind irgendwelche Kack-Skelette, die da hinten auf der... Skelette sind die übrigens hier der Main-Find hier. Irgendwelche Kack-Skelette, die da in irgendwelchen Kanonen stehen und meinen nicht abbalanzen müssen. Gestern hat mich sogar einer versenkt. Habt ihr das gehört? Ich weiß nicht, was das ist. Irgendwelche Seeungeheuer? Ich habe hier noch keins gesehen. Was eigentlich ganz schade ist. So, ich versuche jetzt möglichst nah dran zu kommen, damit mich die Haie nicht so fressen. Weil da sind nämlich immer Haie. Und einen haben wir ja gerade schon gesehen. So, halbes Segel, damit ich nicht so schnell bin. Oh ja, das ist einer, der leicht über dem Meeresspiegel hängt. Es gibt auch welche, die sind komplett unter Wasser. Da hängt nur so ein Zipfel raus. Und man erkennt es nur an den Vögeln. Ist da hinten ein Schiff? Oh Leute, ich glaube, wir haben Glück. Da hinten ist ein anderes Schiff. Scheiß aus Schifffrack. Jetzt wird Krieg gemacht. Ich hatte ja gehofft, dass ich eins finde. Und scheinbar... Also er hat das Segel unten. Das heißt, entweder... Also er bewegt sich nicht. Das heißt, er parkt da. Und er ist da hinten auf der Insel. Ich versuche mir, den so ein bisschen von hinten zu nähern, weil... Er kann mich jetzt abballern, weil Kanonen sind ja bekannterweise... Ach ja, stimmt. Scheiße, ganz vergessen. Kanonenkugel raus. Wichtig. Schon mal ein paar mitnehmen. Und nachladen. Direkt das Erste. Alles Erste, wenn er auf Schiff geht, Kanonen nachladen. Ganz wichtig. Und dann könnt ihr direkt losballern, wenn es nötig ist. Alter, entere ich den einfach? Wenn er da schon eine Kiste drauf hat, ne? Dann ist das extrem geil, oh. Ah, der steht seitlich zu mir. Das ist doof. Die Gefahr ist groß, dass er gleich auf sein Schiff zurückkehrt. Ich will nicht so seitlich an den Rand fahren, weil von hier aus kann er mich abballern. Warum bin ich hier überhaupt zu langsam? Der Wind kommt doch gut rein. Jetzt kommt der Wind gut rein. Alles klar. Denn was? Ah, er versucht zu fliehen. Haha. Gibt's nicht. Bei mir gibt's das nicht. Bei mir wird nicht geflohen. Na, vielleicht schneid ich's doch ein bisschen. Versucht mich zu... Versucht mich zu seitlichen, okay? Scheiße. Geh weg mit dem schwarzen Rahmen, der ist kacke. Ich will nicht gegen das Riff knallen. Wäre doof. Oh Mann, hätte ich doch bloß Kanonen nach vorne. Das wär cool. So, weil Kanonen ist immer geil. Die schießen total beschissen. Und jetzt zeig ich euch. Ungefähr. So. Mein, der haut ab. Oder, dass ich sehe, so unruhig ist. Ja, kurz die Kanone nachladen. Wie gesagt, mit Controller wesentlich intuitiver. Aber es geht halt auch so. Das ist ja versucht zu fliehen. Das gibt's doch nicht. Ich komm, Leute. Bisschen PvP ist doch witzig. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Ah, ganz knapp. Ah, ich muss nicht ran. Nutzt alle nix. Oh, es ist ja voll am Sack, wenn ich sein Boot versenke. Ah, vielleicht ein bisschen mies, weil er gerade parkt. Keine Munition mehr. Beidrehen. Mist, Alter, in der Zeit keiner bestimmt sagt... Oh, Alter, was ist da denn jetzt los? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, es kommt ein Sturm auf. Oh, nee, ich glaube, sein Schiff ist abgesoffen. Jawohl, wir haben ein Schiff versenkt. Nice. Ein parkendes Schiff. Welche ökische Schlacht. War jetzt vielleicht doch ein bisschen mies. Aber naja. So ist das im Leben halt, ne? Schön, das Freibeuterleben. Geht nur um Schätze und Gold. Nee, steht total auf Gold. Ich mag, wie es aussieht. Und wie es riecht, wie es schmeckt, wie es sich anfühlt. Ja, ich bin schon kranker Holländer, ich weiß. Im Wasser, aber ist er. Gut. Sein Schiff ist da vorne gesunken. Wenn er jetzt einen Schatz da drauf hatte, schwimmt der Schatz jetzt im Wasser. Und den will ich natürlich haben, ne? Zack. Anker raus. Sehe ich hier was? Ist da irgendwo was? Ich, äh, geh mal kurz gucken. Ich hab jetzt zwar volles Mett gebremst, aber ist egal. Hauptsache gibt's keine Haie. Haie wär doof. Scheiße, hat er keinen Schatz auf seinem Schiff gehabt? Oh, Mann. Aber der war doch vorhin bei einer Insel. Der muss auch einen Schatz da drauf gehabt haben. Das ist bitter. Egal, hauptsache ein bisschen Spaß gehabt mit ihm. Looten. Oh, Kanonbälle. Kanonbälle vor allem. Kanonkugeln. Wenigstens etwas. Nee, der hat echt keinen Schatz dabei gehabt. Oh, Mann. Naja, gut. Gehen wir wieder auf Schatzsuche. Schauen wir mal. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Immer noch zu diesen komischen Dingen, ne? Wo sind wir überhaupt? Ach ja, die Route wird jetzt auch immer angezeigt. Oh, scheiße. Ich bin ja vollkommen falsch gefahren. Und ich muss Südwest. Seht ihr das Ding da vorne? Das ist so eine Festung. Aber da gibt es auch nur Skelette. Aber die schießen die ganze Zeit mit Kanonkugeln. Und das ist nicht cool. Weil das macht Schiffe kaputt, wie ihr eventuell eben gerade gesehen haben dürftet. Ja, gerade stellen, gerade stellen. Controller ist das einfacher. Ich will nicht die Bell läuten. Ich möchte gerne auf den Krenes drauf. Danke. So. Eine Fernglas bitte. Dankeschön. Hier ist keiner. Hier ist auch keiner. Ach ja, wir wollten ja das Wrack eigentlich machen, ne? Ah, da vorne ist gerade eins. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. Weil sonst kommen wir ja nie an. Oder wir machen Schiff-Fuck in der nächsten Folge. Weil die Folge hatten wir ja schon einen kleinen Fight. Der eigentlich nur... Na ja, eine kleine Verfolgungsjagd mit Dauerfeuer. Ist das ein großes Schiff? Da hinten ist ein großes Schiff. Cool. Ich wusste gar nicht, dass wir zusammen mit den Großen auf einem Server sind. Scheiße, ey. Das ist gefährlich. Wir fahren genau in die gleiche Richtung wie ich. Hm. Vielleicht kriege ich ja jetzt gleich sogar noch meine Quittung. Wissen wir was? F. Ich mache ein bisschen Musik. Acht, ein bisschen Schiff sein. So. Runter. Zack. Und Kurs auf die Insel. Sonst kleide ich nämlich gleich in die Palmen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ach ja. Wie die Zeit vergeht. Ich sollte das Segel mal ausrichten. Boah, was war das denn? Scheiße, eine Sandbank. Die habe ich nicht gesehen. Fuck. Oh, schön drüber gestittert. So, jetzt kann ich auch mal zeigen, wie man das Schiff repariert. Weil da habe ich mir bestimmt was reingerissen. Sitter, da ist ein Loch. Und Loch ist immer doof, weil da kommt nämlich Wasser rein. Dafür gibt es diese Planken. Die muss man hingehen und reparieren. Boah, Alter, voll die Sandbanken mitge... Die habe ich nicht gesehen, ne? So ein Mist. Oh, scheiße. Läuft schon voll hier. Ich repiere die Hülle. So. Eins ist da noch. Ja. Das war aber auch fies, ey. Scheiße. So. Schiff geht noch gut. Alles klar. Jetzt brauchen wir den Eimer und jetzt wird Wasser geschütt. Das geht relativ schnell, Gott sei Dank. Und es wird Nacht. Daher wir uns auf Schleiffahrt befinden, würde ich ganz gerne die Lichter überall ausmachen. Ansonsten können mich das große Schiff sehen und da habe ich keine Lust drauf. Bitte, oben ist keine Lappe. Nein, nicht steuern. Damit können wir einfach nichts anderes machen. Nein, oben ist keine Lappe. Aber gut. So. Was habe ich alles rausgeschüppt? Perfekt. Da rechts ist die Insel. Perfekt. Ja, läuft doch. Das große Schiff. Kurzes Kremes. Alleine muss man halt alles machen, was normalerweise dann die ganze Crew macht. Naja. Auch voll schön Sterne. Grüne Sterne? Gibt es grüne Sterne? Ich meine, warum nicht, ne? Seht ihr das da hinten? Oder ist das ein anderer? Seht ihr das, meine ich? Deswegen habe ich die Lichter laus gemacht. So, aber ich will jetzt zu dieser Insel da. Mal ganz schön, was ist los? Ich sage vorhin, normalerweise sieht man keine Leute. Also gestern habe ich drei Stunden gespielt und da habe ich keinen einzigen gesehen. Segel ein bisschen einholen, da will ich immer so schnell nennen. Oh, gut, fort. Ich bin richtig hier. Warte mal. Ich glaube, das ist die falsche Insel, ne? Oh, oh. Habe ich mich verfahren? Nö. Oder? Scheiße, ich bin voll dran vorbeigefahren, ey? Okay, das tue ich euch jetzt nicht an. Wir sehen uns dann bei der Insel. Außer es passiert irgendwas Cooles unterwegs. Da hinten ist noch ein Schiff. Alter, was ist denn hier los? Verdammt, ich will den. Aber ich wollte euch doch zeigen, wie man den Schatz hebt. Wisst ihr was? Ah, 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 ich weiß nicht. Ich guck mal, liegt der auf meinem Kurs? Wenn ja, wenn der auf meinem Kurs liegt, dann kille ich den. Nein, der liegt nicht auf meinem Kurs. Der liegt nämlich richtig abseits. Gut, Leute, wir sind fast da. Oh, oh. Nicht gegen den Steigen knallen. Das ist so cool. Oh, Wind kommt gleich direkt von hinten. Das ist gut. Und auf geht's. Da ist noch ein Schiffswrack. Aber das machen wir im nächsten Bad. Warten wir noch eins? Ne, da ist noch ein Schiff. Was ist denn hier los? Warte, mach ich so. Haltmast. Selbes Segel. Haltmast. Steuerbord. Bisschen links lenken. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Anker raus. Boah, war das knapp. Die Flucht der Karibik. Handbremse. Oh, was ist das? Achso, das ist nur ein Turm. Da hinten ist ein Schiffchen, ne? Ja, aber den interessiert mich nicht. Den interessiert mich nicht. So, perfekt. Nice. Ab in die Wasser rein. Lass mich an, lasst mich an, danke, 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 danke. So, mein Freund. Schatzkarte raus. Ich bin, glaube ich, ich bin, glaube ich, da unten links. Ich gehe erst mal in die Mitte zwischen den, zwischen den Dingen ziehen. So. Genau. Äh. Kompass raus, gucken, wo Norden ist. Das ist in Norden. Das ist in Norden. Mh, Karte. Nee, Anol. So. Das ist in Norden. Dann soll der Schatz ... Da, wo die Skelette sind ... Ich muss nur hauen, bevor die die Schwerter ziehen. Wenn wir überhaupt welche haben. So, wenn ich mir das jetzt gemerkt habe gerade, soll der Schatz ungefähr hier liegen. Nein. Ohne Witz, man muss den Schatz echt direkt treffen. Ansonsten kriegt man den nicht. Richtig doof. Okay, das kann ich schon mal knicken. Wie sieht's denn aus? Irgendwie... Ist das der Stein da? Ja, das ist der Stein. Ah ja, genau. Das ist dieser kleine graue Fitzel da. Und dann angeblich hier, wo ich stehe. Okay. Schaufel raus. Jawohl. So hört sich sein, wenn ein Schatz trifft. Numero uno. So, ich bringe die jetzt nicht direkt aufs Schiff. Sondern verstecke die hinter dem Stein hier. Weil ich nämlich Muffe habe, dass hier einer hingeschwommen kommt auf mein Schiff, der mir die Schätze klaut. Mein Land wird ja wohl nicht gehen. Gut, Schatz Nummero zwei. Die sind beide Richtung Süden, da links an der Seite. Okay, alles klar. Es gibt noch eine andere Version von Schatzkarten. Da ist dann ein Gedicht drauf, wo in dem ersten Vers immer der Name der Insel versteckt ist. Und im zweiten Vers, wo man buddeln muss. Da steht dann, geh sechs Schritte von da aus. Vielleicht kriegen wir den ja auch noch, weil eine Schatzsuche kann aus mehreren Phasen bestehen. So. Ist das das Ding? Nee, das ist die Spitze da. Da unten. Deswegen, Grünstreifen hier. Schatz soll angeblich genau hier sein. Okay. Schaufel raus. Jawollo. Gib her die Moneten. Jawollo. Was macht der da hinten? Wartet der auf mich? Oder ankert der da? Nee, der ankert da. Oder der macht genau das, was ich gerade vermutet habe. So, Schatznummer 3 war auch da, ne? Ja. Man kann sich immer relativ gut an den Grünstreifen hier orientieren. Ich glaube, das ist, das müsste ungefähr hier sein. Jawollo. Perfekt. So, macht der Typ da hinten. Er ist scheinbar weggesegelt. Alles klar. Schmeckt der Schiff. Schwimm, schwimm, schwimm. Bloß nicht vom Hai gefressen werden. Das wäre doof. So, ich habe die Kiste noch. Ich bringe die mal unter Deck. Falls nämlich jemand mein Zeug klauen will, musst du ja erstmal komplett hier runter rennen. Und dann kann ich unterwegs noch kämen. Wenn das nötig sein sollte. Oh, oh, oh. Nee, hab ich nicht. Gut. Ach ja. Kommt hier so schwer hoch. Ach, jetzt. Aber egal. Schatz Nummer 2. So. Schatz Nummer 3. Und es ist auch nicht immer drei Schätze oder so. Ist immer unterschiedlich, ne? Also es variiert. Also wer sich jetzt Sorgen macht, dass jede Schatzsuche gleich abläuft, der wird nicht enttäuscht werden, weil, äh, also halt. Ne? Jede Schatzsuche ist halt anders. Habe ich schon recht gut gemacht. Ich hatte am Anfang noch mal Angst, dass es einfach jedes Mal nur stumpf Schatzsuchen und los geht's, weil teilweise sind diese scheiß Schatzsuchen nämlich echt anspruchsvoll. Ich hab auch schon mal gehabt, dass ich auf der falschen Insel war. Weil da steht da bei den Schatzkarten steht da kein Name dabei. So. Drei Schätze. Ab nach Hause. So, gucken wir, wo der nächste Port ist. Anker einholen. Nicht, dass wir da gegen den Stein klatschen, weil da hab ich keinen Bock drauf. Oh, Leute. Kurzer Cut. Ich muss kurz, äh... Oh, nein. Nicht gegen den Feld. Ich hab doch rechts gelenkt. Hä? Ach, der war... Oh, Scheiße. Sorry. Ja, kann ich's gleich nochmal Schiff reparieren. Ja, knusper dich dran vorbei. Oh, ja. Schön. Kacke. Ich hab ganz vergessen, dass ich ja ganz rechts gelenkt habe. Der war ja gar nicht auf Mittelposition. Du musst dich das Schiff absaufen lassen. Wär doof. Warte, bevor ich den Cut mache, muss ich kurz mein Schiff reparieren. Oh, Scheiße. Ich hab nur zwei Planken. Aber keine Sorge, Leute. Wenn ihr out of Planke seid, könnt ihr euch hier auch welche holen. Yes. Und dann muss ich kurz einen Cut machen, weil ich muss nämlich, äh... meinen Herd ausstellen. Ansonsten hab ich nämlich gleich die ganzen... ganzen Küchen voller Soßen. Und das wär doof. So, das ging fix. Ah, noch schnell anders. Hinsetzen. Ich guck mal gerade nach. Ne, wir haben keine neue Schatzkarte bekommen. Das bedeutet, diese Schatzsuche war einfach drei Schätze auf einmal, die man normalerweise in drei Etappen findet. Soll mir recht sein. Oh, ich wollte gerade M für Karte drücken. Ach, schade. Aber die Karte ist ja nur im Keller hier. Hallo, Karte. Fahr ich richtig? Ich fahr genau auf dem Zug. Perfekt. Oh, Leute. Ich hab gestern, äh... zwei ganz komische Kisten gefunden. Ich schneid das mal kurz rein, wie ich die gefunden habe. Also, wie die aussieht und wie ich die abgebe. Ich sag nicht, was damit ist. Das solltest du schon selber rausfinden. Welch komische Kiste du doch bist. Alter, das war jetzt ein Akt. Hier, nimm. Gib Gold. Alter, 322 Gold. Gross. Das hat ja nicht lange gedauert. Scheiße, das ist ein riesengroßes Schiff. Äh, ich glaub, die haben ein anderes Opfer gefunden. Schwein gehabt. Alter, haben die den gerammt? Scheiße. Oh, Mann. Ich versuch, das Fernglas gerade zu halten. Wenn es im Wackel tut's mir leid. Oh, ich versuch abzuhauen. Äh. Warum bin ich beim Zocken eigentlich immer so verrotzt? Das ist ja schrecklich. Ich glaube, ich soll mich mal testen lassen. Irgendwelche... Irgendwelche Allergien oder so. Obwohl, ich bin eigentlich komplett allergiefrei. Oh, halbes Segel. Ein schöner Runner. Damit ich nicht so weit laufen muss. Wäre nämlich doof. Weil wegen... Ihr habt ja gesehen vorhin, da gibt's Haie. Haie sind uncool. Naja. Ich geh da... Ich fahr da vorne zum Strand. Oh, da ist auch direkt der Typ. Seht ihr das, das Zelt? Perfekt. Perfekt. Wir nähern uns dem Ende, Leute. Na, Anker runter. Ich hab... Ich hab nicht die Insel getroffen. Okay. So, das Schiff ist repariert. Perfekt. Ist oben noch ne Macke? Ja, ich wusste es. Hier oben ist einfach immer ne Macke. Man übersieht die einfach. Ich frag mich, wie der Wasser reinkommen kann. Ich mein, das ist über Meeresspiegel. Ich frag mich. Jetzt schnappen wir unsere Schatzkiste. Und springen vom Board. Zack. So, Leute. Jetzt bringt man die Schatzkiste zu dem Mann mit dem Edelsteinauge. Diesen hier. Und dafür bekommt man, man sieht, oben rechts. Oh, 83 Gold. Nice. Es wird dunkel. Ich glaub, hier ist nur Nacht, ne? Hier scheint einfach keine Sonne. Höchstens aus meinem Arsch. Nehme hin. Ich hab dir was mitgebracht. Wie viel gibt's dafür? Oh, 105, Alter. Hier, nehm hin. Und gibt mir Geld dafür. 49. Na ja, geht. Ist mein Level erhöht? Ne. Auf jeden Fall quatsch ich mir jetzt mit dem. So. So. Seht ihr unten rechts? Das ist mein Level, was ich gerade habe. Ich hab gerade irgendwie keine Erfahrung für diese Mission gekriegt. Wahrscheinlich, weil das noch eine alte war. Weil ich nicht so viel Kohle hatte. Weil durch den fiesen Bug mein ganzes Geld weg war. Und ich auf einmal 50 Instrumente im Inventar hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Oben links, wo die 10 ist, kann man seinen nächsten Rang freischalten, wo man dann bessere Schatzkarten kriegt. Ich bin gerade Level Rang 7. Und wenn ich Rang 10 erreiche, ist das nicht automatisch freigeschaltet. Nein, ich muss Gold dafür bezahlen. Ja. Gut. Warum auch nicht? Mir fällt gerade auf, ich hätte mir die geile Schaufel kaufen können. Denn für jeden Rang, den man hier erreicht, wird was freigeschaltet. In dem Fall eine geile goldene Schaufel. Und ein geiler goldener Kompass mit einem Schlüssel drauf. Naja, gut. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon. Da kommt wahrscheinlich noch mehr dazu, wenn man dann später mehr Level erreicht. Aber das ist dann in der Vollversion. Gut. Im nächsten Part werden wir uns dann um die Kopfgeldaufträge kümmern. Das ist ein bisschen anders als eine Schatzsuche. Alter, ist da hinten einer in den Sturm gefahren? Ist ja irre. Und dann, wenn wir das morgen gemacht haben, können wir auch nochmal in den Sturm fahren. Dann zeige ich euch das mal. Weil als ich das erste Mal in den Sturm gefahren bin, dachte ich mir ein Schwein pfeift. Aber das ist eine andere Geschichte. Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bewertet den Part. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Haut rein. Tschüss. 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 Musik